moin meine leute was geht ab zweites am start und willkommen zu einem weiteren video von mir und heute wie ihr seht setze ich auf meiner fucking husky und ich habe eben gerade meine a2 prüfung bestanden vor ein paar minuten und ich muss noch schauen hier mit dem kabel keine ahnung wie ihr das gelöst habt schreibt es mir gerne rein weil ich will das hier vorne nicht zerkratzen lassen aber ich möchte natürlich auch sehen wie schnell ich eigentlich fahr aber das ist halt also ich habe keine ahnung welchem gang ich jetzt bin gebe ganz kurz gas bin sofort bei 80 das ist so krank hier mit der leistung und ja fahr die natürlich auch noch ein bisschen fahr die natürlich auch rein deswegen gebe ich nicht so viel gas wenn auch immer unter tourik am start aber habe natürlich auch keine ahnung bei wie viel ich bin jetzt auf jeden fall im sechsten gang fühle ich aber ich habe keine ahnung wie viel umdrehungen hier ist halt krank wie viel wie schnell man ist es ist so verwehr wenn ihr a1 habt soll wenn ihr a1 habt dann denkt ihr ihr seid gar nicht so langsam auf einmal habt ihr fahrt oder fahrt jemand a2 bike denkt ihr das ist die dickste rakete die auf der ihr jemals gesessen habt und dann auch noch junge was ist das für ein feeling alle diese smcr oder husky haben die wissen genau was ist jetzt gerade meine es ist halt das ist also ich bin jetzt hier im sechsten gang komplett unter tourik wollen wir überholen ist halt nicht mehr witzig ich glaube ich darf nur 120 fahren da war ich jetzt ja auch gerade damit ich nicht damit ich nicht zu hohe drehzahl habe ich glaube das geht dann mit 120 könnte ich gar nicht vorstellen wie hart ich jetzt hier geflasht bin also ich kann gerade gar nicht so viel sagen weil ich bin völlig fertig ich weiß noch nicht mit den spiegeln wie ich die mir am besten einstelle ich sehe halt wirklich viel ich dachte ich sehe weniger vielleicht lasse ich den sogar so weil so habe ich einen heftigen winkel also ich sehe wirklich echt viel was mich noch ein bisschen nervt ist dass ich nicht genau sehe wie schnell ich bin deswegen überlege ich gerade ob ich das hier rüber macht aber ich glaube das nicht schlau wenn ich mir das dann selbst zerkratzt damit schreibt mir bitte wirklich da eine lösung in die kommentare ich habe keine ahnung wie man das am besten lösen kann sonst läuft die maschine echt so schön es ist so krass es ist so krass was die von unten rausholt im gegensatz zu einer 125er wie stabil die auch läuft und wie laut sie hoch ist richtig gut ich habe jetzt gar kein thema ist es einfach meine erste fahrt die jemals mit dem squalor hier richtig mache deswegen mein kopf ist einfach nur matsch dass ich die jetzt hier so fahren darf ist einfach für mich unglaublich was einfach unglaublich einer meiner geilsten tage jetzt ich hätte jetzt ordentlich einfach also ordentlich viel fahren in einer woche also nie in vier tagen bin ich in berlin und da wird ein video kommen der langstreckentest nach berlin habe ich damals vor zwei jahren mit der rc gemacht die vor allem ja mit der rc waren die vor einem jahr war das und jetzt wird er mit der husqana komme ich werde genau die gleiche strecke fahren aber halt ja auch da berichten wie es mir geht nach ein paar hundert kilometern mit dem arsch wie das so klappt was mir sonst noch so auffällt wie oft ich tanken muss werde ich alles berichten und da könnt ihr auf jeden fall schon mal darauf freuen sonst kurzer kennzeichnen halt das noch nicht dran habe ich auch schon zu hause liegen deswegen da auch nicht wundern warte mal ich glaube ich mache das jetzt mal oben rüber vielleicht werde ich mich ärgern aber sonst sehe ich halt echt nicht wie schnell ich fahre das ein bisschen doof oder soll ich die sonst ganz nach unten knicken hier fällt immer wieder meine sicht das ding ist man hat aber halt immer zu viel power mit so einer maschine ich frage mich halt wie das ist mit 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 einer mal erst mal wenn die hier offen ist was dann ab geht sie ist natürlich gedrosselt und was passiert wenn man mit 200 ps maschine fährt ich habe keine ahnung aber ja ich bin wirklich geflasht ich weiß wirklich nicht was ich sagen soll es ist so krass hiermit jetzt rumfahrzen zu dürfen ich bin jetzt auch aus der probezeit raus das heißt ja ich will nicht sagen ich darf jetzt schneller fahren weil darf ich ja nicht aber er wird nicht so schnell der lappen weggenommen kann man mal sagen ich hoffe überhaupt dass das passt mit dem video ich habe keine ahnung auf welcher höhe ich irgendwas machen sollte auf welchem sonst irgendwas ja das weiß ich alles noch nicht so ich will die ganze nach oben gucken um die spiegel zu gucken damit im unten muss ich mich noch daran gewöhnen ich sehe aber ich gut der sound ist halt auch komplett brachial ich weiß auch gar nicht ob mein kennzeichen überhaupt richtig hält das ist auch ein problem aber hält noch weil das wackelt so doll ich habe das nur in zwei schrauben befestigt weil das sonst nicht richtig passt deswegen hoffe ich einfach dass ich es nicht verlieren sonst wird das ein richtiger fail und so dass ein richtiger fail wenn ich jetzt am ersten tag mein kennzeichen verlieren erst mal ohne kennzeichen fahren muss hätte ich jetzt auf jeden fall nicht so bock drauf der auspuff remus hölle laut erst so am ballern und böllern und ich habe aber natürlich noch gar keinen plan in welchen gängig gefahren ich glaube ich bin zum dritten weil ich habe das zumindest im gefühl deswegen ja kann ich dann auch nicht so viel zu sagen sonst die maschine sie ist sehr sehr bequem sie ist extrem handlich das ist so krass und er dieses wenn der hinter reifen ein rein also wenn man nach hinten reingedrückt wird und den nach vorne rauskommt die maschine beim gas geben ist einfach nur so ein krankes gefühl das gibt einem auch echt richtigen schlag das ist richtig random dieses video wenn ich selbst rede ich habe auch keine ahnung was ich da rein schneiden kann aber es nicht ich labere ich aber die ganze irgend so ein random shit weil ich komplett geflasht bin auf jeden fall kann ich noch einmal ganz sagen wie meine prüfung ablief für die ganzen a1 leute jetzt auf a2 aufstocken das ist nämlich so dass das man eigentlich 40 minuten prüfung hat und man wird eigentlich oder meistens nur auf landstraße getestet das bedeutet ja man die wollen eigentlich nur sehen ob du mit motorrad klar kommst und nicht ob du weil der schon zwei jahre führerschein hattest ob du in der stadt irgendwie klarkommst bei mir oder bei zwei kollegen von mir war es auf jeden fall genauso die haben auch nur 25 minuten bis eine halbe stunde prüfung gehabt und bei mir war es einfach so ich habe eine stunde lang eben prüfung gehabt und eigentlich hat man nur eine halbe stunde 40 minuten ich habe wirklich eine stunde prüfung gehabt mein fahrlehrer meint auch was ist soll das denn jetzt für eine scheiße und dann ja hatte ich halt eine ganze stunde prüfung und wurde am anfang durch die stadt geschickt dann musste ich diese komischen übungen machen die man auch schon bei 1 machen muss die kennt ihr alle und danach musste ich auch noch landstraße fahren also ich war wirklich wurde ich ordentlich gebums musste ordentlich durch kleine wege habe ich auch nicht so erwartet mein fahrlehrer auch nicht aber so lief meine prüfung ab ich kann euch das auch noch mal alles ganz genau erklären aber jetzt mache ich das nicht in diesem video ich möchte erst mal ein bisschen fahren bisschen auf die maschine klarkommen ich würde sagen das war es mit einem kleinen video einfach nur dass ich das ihr wisst dass ich jetzt bestanden habe und dass ihr euch auf nächsten videos freuen könnt also wenn euch das kleine video gefallen hat lasst gerne ein like da lasst auch gerne ein abo da haut rein stay tuned